Du. Du, du. Du, du. Du, du. Du, du. Ja, was ist der Fuchs? Sie werden sich jetzt dran machen, die Szenen im Prinzip Berg auszukundschaften. Ich arbeite bei der Staatssicherheit und bin auf die angesetzt worden. Alles klar. Das ist doch unsere erste Nacht. Die haben sich da irgendwo versteckt. Kein Arsch passt so gut in eine Jeans wie deiner und dein Haar da schon. Das ist nicht von mir. Oh, jetzt wird es doch ein bisschen problemat. Also von wem ist der? Keine Ahnung. Wir müssen in diese sogenannte Künstler-Szene eindringen. Der operative Einsatz trägt den Namen LSD. Haben Sie auch ein Rosé? Klärchen. Ich hab's auf Bild. Ich auf Ton. Ich hab's mitgeschrieben. Hast du mal in den Geschreibsel von dem Jungen geguckt? Das sind keine Berichte, das sind hier Dichte. Du musst dieses Mädchen heiraten. Ich habe meine zukünftige Frau zwei Jahre lang observiert. Da wusste ich, dass sie die Rechte ist. Aber die will ich nicht. Du hast einen Befehl. Dann kündige ich jetzt. Mit mir! Mit mir! Aber das ist doch einer von uns. Beine! Du wirst deinen Roman fertig schreiben. Kinder, ich bin nicht der Sandmann. Artigkeit, die sich nicht macht. Hälte sind auch nur Menschen. Ausweis! Das ist doch ein Weststadtplan. Unsere sind so ungenau. Warum sind die ungenau? Um den Feind zu verwirren. Aber dann verwirren wir doch nur die eigenen Leute. Ugh! Bis dahin! Habne ich jetzt aber nicht. �